Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tippen wir den 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Fangen wir mit dem ersten Spiel an. Freitagsspiel 20.30 Uhr kommt auf The Zone. Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen. So, Union Leverkusen ist in der Saison gestartet mit sehr, sehr vielen Siegen hintereinander. Ich habe gerade vergessen, wie viele das nochmal waren. Sie haben einmal länger als Wolfsburg gehabt. Einmal länger als Wolfsburg gehabt. Ich glaube, elf Spiele in Folge ohne Niederlage. Das hat sich sehr, sehr lange wieder gelegt. Leverkusen hat einmal unentschieden gespielt gegen Werder Bremen. Dann verloren gegen Bayern München. Und da war auch noch irgendwas. Dann war noch vor kurzem DFB-Pokal. Gegen Eintracht Frankfurt haben sie souverän 4 zu 1 gewonnen. Ja, gegen Frankfurt muss man gewinnen. Meiner Meinung nach, wenn man Leverkusen heißt. Ich denke aber, dass Leverkusen noch von diesen Spielen noch ein bisschen schwere Beine hat. Union Berlin ist sehr, sehr stark in der Saison gestartet. Aktuell zeigen die sehr, sehr gute Leistungen. Wenn ich hier mal auf Tabelle gehe, sind sie auf dem fünften Platz. Bayer Leverkusen auf dem dritten Platz. Okay, bei Leverkusen war es mal besser, aber als Leverkusen-Fan, also ich bin nicht Leverkusen-Fan, aber in meinen Kommentaren sind bestimmt viele Leverkusen-Fans. Die hätten nicht erwartet, dass Leverkusen auf Platz 3 ist. Deswegen sind sie auch verdient oben. Aber Union Berlin ist auch verdient oben. Wenn ich auch noch überlege, dass Leverkusen DFB-Pokal-Spiel hatte, vielleicht noch schwere Beine hatte, dass Leverkusen vielleicht in der Bundesliga nicht mehr die Form hat, wie sie vorher hatten. Aber Union schon. Denke ich, das wird ein faires Unentschieden 1 zu 1. Dann das nächste Spiel. Das erste Spiel in der Konferenz. Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Ja, ich möchte nicht viel drum herum reden. Hier denke ich, dass es klar ist, dass Borussia Dortmund 3 zu 0 gewinnt. Obwohl Dortmund gerne gegen solche Mannschaften verliert, wie Mainz, Köln, Augsburg, Stuttgart. Das sind Gegner gegen die, wenn der Bremen auch, gegen die Dortmund sehr, sehr gerne verliert. Wirklich sehr, sehr gerne. Und das wäre, ich wäre nicht überrascht, wenn Mainz 05 gewinnen würde gegen Borussia Dortmund. Aber glaube ich nicht. Ich tippe hier ein 3 zu 0 für Dortmund. Das nächste Spiel ist ein sehr, sehr attraktives Spiel. Das Spiel müsste ausverkauft sein. Wären keine Geisterspiele. TSG Hoffenheim. TSG Hoffenheim. Ich meinte Wolfsburg gegen RB Leipzig. TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig. Das ist das Elbplastico. Wolfsburg. Weiß nicht, wie ich die einschätzen soll. Sind gut in die Saison gestartet. Sind souverän auf ein sechster Platz. Sechster Platz ist, glaube ich, Quali-Platz für die UEFA Conference League. Kackteil, was es jetzt nächstes Jahr neu gibt. Ähm, ja. Äh, ich will mir viele Hoffnungen machen. Ich würde es feiern, wenn Wolfsburg gegen die, ähm, Leipziger gewinnt. Ähm. Ähm, ich bin glücklich, wenn man die Dosen wegkickt. Ähm, und man tippt nie gegen den eigenen Verein. Klar, ja, RB Leipzig ist, äh, sehr, sehr weit oben in der Tabelle. Zweiter Platz. Und klar ist RB Leipzig besser als Wolfsburg. Und viele würden klar sagen, dass RB Leipzig das Spiel gewinnen wird. Aber ich möchte nicht gegen meinen Verein tippen. Und man tippt halt nicht gegen den Verein. Und ich habe ein bisschen rosa-rote Brille gegen Leipzig. Möchte ich nicht so gerne verlieren. Deswegen sage ich, es wird ein, hm, ja, 0 zu 0. Das nächste Spiel ist der 1. FC Köln gegen die Hauptstadt Hertha BSC. Ähm, ja, keine Ahnung. Langweiliges Spiel, könnte ich denken. Oder, äh, was für langweiliges Spiel. Wenn ich mir die Partie angucke, Köln gegen Hertha, ist es kein Spiel, wo ich gerne, gerne, äh, vom Fernseher sitze. Ich finde, der Spieltag hat zu wenig richtige Top-Spiele, meine Meinung nach. Ich habe, äh, schwer, mir, ich habe mir schwer gefunden, ähm, überhaupt Partien auf dem Thumbnail zu packen, die meiner Meinung nach so Top-Partien sind. Oder wo man am Anfang so guckt und sagt, oh, das könnten interessante Partien sein. Ich habe, glaube ich, äh, boah, was habe ich denn auf dem Thumbnail? Ähm, Gladbach gegen VfB Stuttgart, glaube ich. Bayern, Freiburg und, ähm, Frankfurt, Schalke habe ich auf dem Thumbnail, höchstwahrscheinlich. Und Jovic, klar, auf dem Thumbnail. Äh, ja, Köln gegen Hertha. Tippe ich mal ein. Was habe ich mir dann aufgeschrieben? Was habe ich mir dann irgendwo aufgeschrieben? 0 zu 2. Das nächste Spiel ist SV Werder Bremen gegen Augsburg. Augsburg hat man am Anfang der Saison gesagt, dass die, ich will kein Sky, äh, Abo machen. Ich möchte hier auf, ja, klar. Ähm, hier. Hier, lustigerweise gibt es sogar einen Countdown. Ein Tag, 4 Stunden und 56 Minuten. Newton, okay, okay, so könnten Augsburg spielen, äh, Gikevic, Oxford, Guveluvo, kann ich nicht aussprechen, Udukai, Kalijuri, Gueso, Strobel, Iago, Hahn, Vargas, Niederlechner, Bremen, Pavlenka, Veljkovic, Toprak, Friedl, Grebre, Selassie, Mbom, Augustinsson, Eggestein, ich glaube, Maxi, Maxi Eggestein, Mühlwald, Sargent und Legende, Selke. Ja, ich habe einfach nur die Aufstellung runtergerattert, um über die 10 Minuten zu kommen. Eigentlich wollte ich nur die Tabelle anschauen. Werder ist auf Platz 13, Augsburg auf Platz 11. Ähm. Keine Ahnung, warum ich nochmal auf die Tabelle wollte. Achso, ja. Pfff, keine Ahnung. 1-0 für Werder Bremen. Ich habe vor mir irgendwelche Gedanken gemacht, was ich sagen wollte, aber ich habe es vergessen. Kennt ihr das manchmal? Ihr wollt was sagen und vergisst es wieder. Scheiß drauf. Ich sage, Werder Bremen gewinnt, das ist überraschend. 1-0. Irgendwann muss man so eine komische Partie dazwischen sein. Es ist immer an jedem Spieltag, wie zum Beispiel der letzten Tag, wo einfach Hoffenheim 4-0 gegen Schalke 0-4 verliert. Ja, moin. Dann das nächste Spiel. Sorry, wenn der Grund gerade ein Trecker langfährt. TSG Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld. Mach ich kurz. TSG Hoffenheim. Boah, Digga, das wäre mir peinlich, wenn ich TSG Hoffenheim Fan, wenn man gegen Schalke 0-4 0-4 verliert. Boah, das ist so peinlich. Digga, ich würde mich verbuddeln, wenn ich TSG Hoffenheim Fan. Und ich weiß nicht, was ich mir ausmalen möchte, wie Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld spielt. Ich glaube, da sieht Arminia Bielefeld sich. Ich glaube, Hoffenheim ist geschockt vom Schalke-Spiel und ja, wird nur einen Punkt holen. 1-1. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach ist ein interessantes Spiel, würde ich mir gerne anschauen. VfB Stuttgart spielt eine sehr, sehr gute Saison. Blattbach eigentlich auch, international auch vertreten. Könnte ich mir ein gutes Spiel vorstellen. Und ja, ich denke, das wird ein 0-1. Aber ein spannendes 0-1, was ein bisschen viel hin und her geht. Chancen auf der anderen Seite, Chancen auf der Seite. Ich denke, das wird ein ausgeglichenes Spiel. Aber ich denke, es wird ein 1-0-Sieg für Borussia Mönchengladbach. Dann FC Bayern München gegen Freiburg. Freiburg aktuell das vormstärkste Team nach fünf Spielen auf der Welt. FC Bayern München, da läuft es nicht so. Das Wichtigste ist, dass Freiburg nicht in Führung geht. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann könnte alles drin sein für Freiburg. Bayern ist geschockt von Holstein-Spielen. Das Spiel habe ich leider nicht gesehen. Ich habe es sogar verpasst, weil ich dachte, dass es gerade kein DFB-Pokalspiel ist. Ich habe es endlich mal verscheckt. Finde ich schade. Hätte ich gerne geguckt. Ja. Was bleibe ich? Ich bleibe bei einem... Ja, ich weiß nicht. Ich will mir gerade einen Sieg für Freiburg ausmalen. Aber könnte ich mir absolut nicht vorstellen. Obwohl es schon ein bisschen realistisch ist, weil Freiburg sehr, sehr gut in Form. Seit fünf Spielen keine Niederlage. Bayern München geschockt. Gegen Gladbach geschockt. Gegen Holstein-Kiel. Und davor war noch irgendeine Partie, wo sie auch geschockt worden sind. Gegen Mainz für eine Halbzeit. Dann sind sie wieder zurückgekommen. Aber Bayern München ist zur Zeit nicht mehr das, was sie vor vier, fünf Monaten waren. Freiburg ist auch nicht mehr das, was sie vor vier, fünf Monaten waren. Und sind wieder auf dem Höhepunkt, Bayern ist zur Zeit im Formtief. Obwohl wir wissen alle, dass Bayern München am Ende eh deutscher Meister wird. Weil sich Dortmund gegen Augsburg, Werder und so weiter solche Teams wieder schlachten lässt. Kappa. Ich sage einfach, eins zu eins. Dann Frankfurt gegen Schalke 04. Ich weiß jetzt nicht, ob Jovic schon gegen Schalke ran darf. Viele Leute werden ernsthaft sagen, dass Schalke 04 das Spiel gewinnen wird, weil sie mal gegen Dings gewonnen haben. Die denken auch alle jetzt, Hoppe wird sofort Weltfußballer, weil er mal ein Hattrick geschafft hat. Bitte hört auf zu übertreiben. Ich gucke mal nach. Höchstwahrscheinlich wird Jovic nicht spielen. Dann steht bei mir Trapp, Abraham, Hinteregger, Endika, Durm, Rode, Skow, Kostic, Bakok, Kamada, Silva und Cristiano Ronaldo. Alle Spieler bei Frankfurt. Ja, ich glaube, Schalke muss langsam wieder punkten, um überhaupt da unten wieder rauszukommen. Frankfurt glaube ich nicht, dass die sich Enzer von Schalke 04 schlachten lassen. Ich glaube nicht, dass jetzt Schalke einen Lauf machen wird aus, jetzt keine Ahnung, fünf Spielen in Folge gewinnen, wie das Freiburg zur Zeit macht. Deswegen glaube ich, es werden auf beiden Seiten glückliche Menschen geben. Es wird ein 2 zu 1, 2 zu 1, ja moin, 2 zu 2 Punkte Teilung geben. So, das war's mit dem Video. Heute mal ein bisschen länger. Ich hab viel Scheiße gelabert, aber wir wissen alle, um richtig zu tippen, braucht man keine Ahnung im Fußball. Das ist ernsthaft so. Umso mehr Ahnung du von Fußball hast, umso schlechter bist du beim Tippen. Also, gute Karten für mich. Das war's mit dem Video. Das Video geht höchstwahrscheinlich 13 Minuten und 20 Sekunden. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.